Ich könnte langsam mal auftauchen. Das kann ruhig wieder gehen. WTF? Das sieht aus wie Luftding, groß! So, fangen wir an. Einfach mal alle Attacken durch. Und anfangen an. Gut, ich kann dich noch nicht angreifen. Du schießt direkt vor mir. Jetzt? Ja. Dann wollen wir mal. Gravitation Press. ALTER! 70. Ja. Was tust du da? Heil dich! Habe ich vor gehabt. Ob du das glaubst oder nicht. Okay, nächstes. Boden. Ich glaube, er blockt dann alle deine Attacken ab. Ja, kann sein. Die Musik ist aber geil. Ja, oh ja. Das stimmt. 199. Das sieht schon mal gut aus. Wow, wie viel Schaden tust du? Mach's gut. Ah! Ein bisschen was. Okay, machen wir die ganze Fisch an. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ein bisschen arg verzerrt, der Junge. Okay. Okay, ich würde sagen. Wind war doch bis... Äh, nicht Erde. Nicht Wind. Erde war bis jetzt am besten. Bleib bei Erde. Probier mal kurz Earthquake aus. Null! 104. Ja. Er schlägt ins Gesicht. Null. Er schlägt 100. Es lohnt sich nicht. Mach's mit dem kleinen. Und jetzt mal wieder alle heilen. Ähm... Was war das denn? Diamond Missile. Ich krieg dir gleich erstmal ein Earthquake. Ja, aber er fällt nicht schlecht. Zack. So, aber was ist denn? Hier. Diamond Saver. Für dich. Und Diamond Missile. Für mich. So. Ich hoffe natürlich. Ich mach auch mehr Schaden dadurch. Ja, ich auch. Weißt du, wie viel du da häufiger gemacht hast immer? 110. 110. Ich mach weniger. Okay. Das ist irgendwie komisch. Oder? Ich weiß nicht. Gib mir mal mal was anderes. Gib mir mal Fire Saver. Er wartet erstmal heilig für alle. Aber eigentlich geht's ja. Sag sowas nicht. Doch! Ich sag sowas. Weil ich's kann. Ich bin klein. Haben wir noch den Hammer? Könntest du ja mit Jinkle Rain, oder? Ich glaub's mal. Aber du hast gerade 397 abgetrunken. Hast du vorher auch mit dem Water Moonslice? Das weiß ich nicht. Wenn ja, dann... Wenn nicht, dann... Wow. Dann nimmt die Erde ja doch noch ein bisschen weg. Ich bin immer noch klein. Ich bin immer noch klein. Schau mal, ob du nen Herb oder sowas geben kannst. Stardust Herb. Ja. Schau mal, ob das wirkt. Bitte, 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 wirkt. Ja, muss gern los. Wenn du gar kein... Ach so! Ich mach keine Magie gerade drauf. Guck mal, dann gibt's jetzt weniger Schaden irgendwie. In der Tat bin ich auch gedubuffed. Stimmt. Was passiert? Kamehame, HA? Wir sind gearscht! Heil uns, heil uns, heil uns! Ähm... Was, was er gerade gemacht hat, will mir nicht gefallen. Wieso? Maximal HP down. Oh Gott, stimmt. Wir haben alle etwa 100 HP weniger. Du hast recht. You're absolutely right. Kannst du uns mit irgendwas heilen? Mit, also, so ne Art Fluch oder sowas? Dass du mal schaust, ob du... Ich kann ja mal gucken, ob das irgendwie eine Art Magie-Effekt ist. Was das ist, dass wir da HP runter bekommen haben. Ja, das ist ein Magie-Effekt. Dann? Aber warte mal ganz kurz. Schau mal, ob du dich mit deinem Zauber heilen kannst. Schauen wir mal. Tinker Rain. Und ich noch weiter. Hä? Wer? Ja. Ich weiß es nicht. Du! Alle! Und es hat nur mit Sting funktioniert. Äh, Chris ist tot. Gib dir erstmal... ...Pronik. Äh, was war die richtige Taste? Das war die falsche Taste. Fuck! Was tut er da? Ich weiß es nicht. Aber das ist mir egal. Ich muss jetzt erstmal... Chris wiederbeleben. Und der kann uns erstmal hier wieder ein paar... Nein, nein, nein. Du musstest mich auch heilen. Dann. Ich brauche auch eine Heilung. Oh. Das hab ich gar nicht gesehen. Ja, 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 ja. Aber ich habe jetzt wieder weniger Leben. Ich habe jetzt nicht mehr eine maximale Leben. Dann lassen wir es dann am besten einfach so. Und ich hoffe mal einfach, dass es nicht noch weiter reduzieren kann. Ja, ich hoffe es auch. Fuck, 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 fuck. Oh, er gibt einen Saver. Das heißt, er absorbiert Leben. Oder? Ich glaube schon. Dann macht er wieder das Grubb mit dem Press. Helpdown. Okay, er hat doch nicht nochmal Gewirrung. Wir haben nicht weniger als vorher. Okay. Du solltest heilen, ne? Hab ich vorgehabt. Kannst du mir dann wieder ein Erdschwert geben oder sowas? Mhm. Oh Gott. Oh Gott. Wobei ich glaube, ich kann uns einfach nochmal reden. Ja. Definitiv. Gute Wahl. Wenn ich dazu komme. So, ich gehe wieder an den Rand, damit ich für nichts von seinem physischen Kontakt nicht getroffen werde, wo er auf dem Boden haut. Ja, die kriegt er dann nämlich ab. Genau. So, Erdschwert. Diamond Saber für dich. Ich sehe gerade, unsere maximalen HP sind wieder gestiegen. Ah, okay. Das dauert also. Ist nur temporär. Finde ich auch gut so. Ist auch so schon schlimm genug. Oh ja. Alter, ich kann meine Spezialattacke einfach nicht machen, weil immer irgendein Caster zwischenkommt. Hallo, 33 Yor. Er dürfte so langsam mal sterben. Ja doch. Wobei, wir haben noch keine einzige… Walnuss benutzt. Ich hab ja auch genug Empfehlerführung 30 mal anzuweichen. Ey! Seine Arme! Sein ganzes Wesen! Ja grad! Verschreiß nicht, nicht, dass es noch eine zweite Form gibt. Ich glaube, wenn er explodiert, hat er für gewöhnlich keine zweite Form. Ja, da hast du recht. Und vor allem, wenn die Dory da steht. Die Kraft wird über Zeit erhöhen. Let's hurry to the other seven. Okay. Kommen wir automatisch raus? Ja, schauen wir, ob wir hier... Nein. Nein. Schauen wir, ob wir hier... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo kommt der denn her? Nikita? Nein, ich bin Josephine. Ich war damals Nikitas Lieber. Wer ist Nikita? Keine Ahnung. Die andere Katze? Welche andere Katze? Ich habe die Freiheit der Nambara-Thiefs-Gilde und sie weggeflogen. Oh, mein Lieber. Willst du jemanden etwas kaufen? Äh, trotzdem. Willst du das weg, dürfst du? Ja. Achso, ich muss es machen. Gibt's besser. Und gar nicht mal so teuer. Was sind die anderen Sachen? Ist auch besser. Einfach alles kaufen. Ja, ich glaube nicht, dass wir so viel Geld haben, ne? Riss mal erst mal aus. Dann sehen wir es ja. Genau. Die Waffen gab es nicht. Das hier. Oder das hier neu. Nein. War hier was Neues? Ember Unicorn, ne? Ja, wenn dann überall. So, und da nicht. Das Power Wrist. Doch, das Power Wrist war doch besser. Moment mal. Was meinst du jetzt? Das Power Wrist hat er doch. Nee. Nee, das Red Moon hat er gehabt. Das war das Alte. Nein. Das Red Moon war das Alte. Nee, warte mal. Geh mal auf Nothing unten. Geh mal auf Nothing unten. Ich habe aber drei Sachen ge... Hä? Vielleicht nicht für dich. So, schauen wir mal hier. Da ist das besser. Da habe ich nichts Neues. Da habe ich ein Snow Crystal. Okay, dann habe ich meins noch nicht gekauft wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann haben wir diese. Du kaufst jetzt ein. Ja. Ich bin nicht gut im Shoppen. Und da haben wir noch was. So, jetzt verkaufe ich einfach alles, was wir nicht brauchen. Irgendwie jeder muss einzeln verkaufen, ne? Das weißt du schon noch. Ja. So, Mist-Tendant. Protect-Ring. Pole-Code. So. Moment. Einmal kurz wechseln. Nee, nicht Bein. Saline. Moon-Ring. Protect-Earrings. Pack-Und-Suit. Glint-Rope. Mop-Cab. Warum kann die so viel verkaufen? Das frage ich mich auch gerade. Vielleicht habe ich auch noch ein paar Sachen. Hä? Hero-Flail. Ich glaube, ich habe bei mir nicht alles verkauft. Moment. Ja, da war noch was. Hunter-Hut. Jan, 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 Jan. Du willst, Steph. Jetzt war es alles. Jetzt kannst du noch verkaufen. Danke. Du hast das Beste ausgewählt, ne? Ja, ist schon alles ausgerüstet. Okay. So, und darfst du jetzt einkaufen? Ja. So, was hast du denn jetzt noch? Das haben wir schon. Schau. Probe habe ich noch nicht. Die hast du schon? Silver Circles habe ich. Das habe ich auch schon. So, gucken wir mal. Mach aufs. Wieso? Das war gerade so. Nee. Nee. So, das müsste jetzt eigentlich alles gewesen sein. Schauen wir mal. Hast du noch was? Ja, beim Red Moonhorn. Ja, das ist Mad Beasts Fang. So. Ich habe hier noch die Mana Munro. Mana, Mana. Mana, Mana. Und sie hat nichts. Nee, hat schon alles. Okay. Yay. So, wollen wir mal gucken. Schauen wir mal, ob du... Nikita? No, I'm Chiquita. Ich bin Chiquichita. I'm a distant relative of Nikita. We are from the race of Merchant Cats. Nikita didn't like living with us, so we're here on our way. Anyway, want to borrow something? Du kommst da ganz langsam angetrabt. Ja, ich weiß schon, dass ich wieder Geld ausgeben muss. Ah, 8000! Alter. Du weißt schon, wer die kriegt, ne? Nö, also... So übernicht brauchen keine Waffen. Richtig. Noch nicht. 187, okay. Die hier. Ein bisschen weniger. 182. So. So, die anderen brauchen keine Waffen. Die machen eh kaum Schaden. Das bisschen, was man damit erhöhen könnte, ist auch ein Nütz. Ja. So, Ghost Hand. Kann ich bei den Godbeasts wenigstens noch ein bisschen mehr Schaden machen? Mhm. Oh, wenn da jedes Godbeasts so lange dauert, na dann Halleluja. Wird das noch ein Ewigprojekt. Egal. So, hier können wir es benutzen. Du darfst uns weiter fliegen. Das ist praktisch. Wenn Jan spielt, ist es wie so ein guter Film. Man schaut die ganze Zeit zu. Das ist ja doof. Die werden ja nicht weggemarkiert, sag ich mal. Dass wir das hier schon haben. Dann machen wir erst die linke Seite. Die linken drei hier. Also jetzt in der Mitte. Da. Hier wäre der ungefähr dann. Das heißt, wir landen einfach mal hier in der Stadt. Falscher Kopf. Okay. In Brüssel sind wir jetzt nur. Brüssel? Büsel. Aber weißt du, wo das... Hier war das Schloss? Oder ging es hier raus? Ah, hier ging es raus. Okay. Aber weißt du, wo das... Ah, ja, ich weiß, wo er ist. Also ich weiß nicht, wo er ist, aber... Nein, wir zaubern hier nicht. Ich hab's auch nicht vorgehabt. Ich greife die auch mal so an. Obwohl du keine Waffe hast. Dart in your face und mach keinen Schaden. Eigentlich können wir durchlaufen, oder? Komm mal gegen die Gegner und dann sind sie ja tot. Mach die Gegner jetzt nicht mit einem Schlag. Da rein, 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 da rein. So. Ja, das heißt hier war Erde, hier unten. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass wir dann da hinlaufen sollen. Ja, ich denke es auch. Ich weiß auch nicht, wo der... Der Mana Crystal ist. Ja, wir finden es schon irgendwo. Ups, wait. Wie immer das war. Ja, weiter. Oh, hier war das Zwergendorf. Wow, humans, I guess you saw the trigger, huh? I can see the dwarf with it. Gut, dass die den Text nicht ändern, seit damals. Ja. Nicht da. Level 4. Doch, wir sind da. Na, das ist Schleim. Irgendwie, irgendwie ungefährlich. Schon so ein bisschen. Ich habe mich einfach verwandelt, weil ich es kann. Ja, ich weiß noch meine Truhe. Und wir laufen jetzt einfach durch, bis wir da.